Die Geschichte des Löwendenkmales Luzern In der heutigen Folge geht es um eines der bekanntesten Denkmäller der Schweiz und ihr habt sicher schon mal davon gehört, das Löwendenkmal zu Luzern. Es erinnert an die Schweizergardisten, die beim Sturm auf Tuileries 1792 während der Französischen Revolution gefallen sind. In einer Völzgrotte, von einer Parkanlage umgeben, liegt ein tödlich verwundeter, sterbender Läu. Er schaut ein Stock eines Speers aus dem Rücken, sein Kopf und seine rechte Fodertatze ruhen auf dem französischen Wappen. Links von ihm liegen einige Waffen und daneben lehnt das Schweizer Wappen. Die Läuenskulptur ist komplett aus dem Völz gehauen und ihre Tatzen sind etwa doppelt so gross wie ein menschlicher Kopf. Über einem Läu eingemeißelt ist das latinische Motto «Helvetiorum fidei a virtuti». Ich habe das jetzt wahrscheinlich nicht ganz korrekt ausgesprochen, aber übersetzt heisst es «Der Treue und Tapferkeit der Schweizer». Aber für ein bisschen Kontext spulen wir doch noch ein bisschen weiter zurück ins Jahr 1616. In diesem Jahr hat das Regiment von den Schweizer und Graubündnergarden auf Französisch «Regiment de Garde Suisse et Grison» oder ganz einfach «Garde Suisse» in Frankreich sind Dienste aufgenommen. Da ist nicht die gleiche Schweizergarde gewesen wie die in Rom, weil damals gab es ganz verschiedene Schweizergarde in osländischen Diensten. Der Auftrag der Schweizergarde in Paris war der Schutz der Person des Königs. Sie hat gegenüber anderen Gardentruppen grosse Vorrechte besessen und ist nichts mit anderen schweizerischen Verbänden in französischen Diensten zu verwechseln. Sie hat den König auf allen Reisen begleitet und sind Dienste auch ausserhalb der königlichen Paläste wahrgenommen. Am Anfang haben die Soldaten privat in Häusern der Vorstadt Paris gewohnt. Um 1690 sind dann aber die ersten Kaserne errichtet worden. Die Anwerbung für die Garde-Regimente hat alle sozialen Schichten umfasst. Nur das Offizierscore ist ausschliesslich ein Madel und ein Patriziat von den eidgenössischen Orten offen gestanden. Um als Rekrut aufgenommen zu werden, musste man das Mindestmaß, auch Garde-Maß genannt, erfüllen. Als Fusilier musste man mindestens 1,75 m und als Grenadier 1,82 m gross sein. Die Anwerbung ist in der Regel für vier Jahre erfolgt, wobei die Verpflichtung mehrmals erneuert werden konnte. Ab 20 Dienstjahre hat ein Soldat dann als Veteran geholfen. Zuerst hatten die Gardisten graue Röcke mit blauen Aufschlägen. Um 17 hundert sind dann die charakteristischen roten Röcke mit den weissen Aufschlägen eingeführt worden. Dazu blaue Hosen und Strömpfe sowie weisse Gamaschen. Die Grenadier haben ab 1780 Bärenfellkappen geträgt und die übrigen Soldaten dreispitze. Die Einsatzgeschichte der Garde ist auch ziemlich umfangreich. Sie haben insgesamt an 71 Feldzügen, 154 Schlachten und 30 Belagerungen teilgenommen. In den letzten Jahren des Ancien Regimes musste sie sich aber auf den Schutz der königlichen Residenzen in Versailles konzentrieren. Gerade am Anfang der französischen Revolution ist es im August 1789 zu einer Meuterei unter den Soldaten der Schweizer Garde gekommen und einige sind desertiert. Aber ein Grossteil der Truppe hat treu zum König gehalten. Die französische Garde hingegen hat sich mit dem Volk verbrüderet und die königlichen Haustruppen sind 1791 bis auf die Schweizer Garde aufgelöst worden. Somit hat die im Jahr 1792 die letzte militärische Einheit dargestellt, über die der König noch verfügt hat. Normalerweise hat das Regiment in Paris aus insgesamt 2416 Mann bestanden, aber wegen der unsicheren Lage ist der Bestand bis 1792 auf 1500 Mann gesunken. Es ist wegen der heiklen Situation schwierig geworden, in der Schweiz neue Rekruten anzuwerben. Und somit kommen wir im Jahr 1792 an, wo es am 10. August zum fatalen Sturm auf den Tuilerie-Palast gekommen ist. Obwohl die Schweizer Garde von der französischen Nationalgarde Unterstützung bekommen hat, haben die im letzten Moment ihre Loyalität zum König versäht. Somit sind sie einer überwältigenden Überzahl von aufständischen Nationalisten gegenübergestanden, die ab dem Morgen in die Stadt und dann auch Richtung Palast vorgerückt sind. Die Kampfhandlungen haben sich über mehrere Stunden gezogen und den letzten Tag des königlichen Regimes entladen. Je nach Quälen sind an diesem Tag zwischen 550 und 700 Schweizer Gardisten gefallen. Mit diesem Ereignis hat auch die über 170 Jahre militärische Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Frankreich ein abruptes Ende gefunden. Im Sommer 1792 hat Karl Pfeiffer von Altishofen, ein Onderleutnant von der Schweizer Garde, in Luzern seinen Urlaub verbracht. Als er die erschütternde Nachricht vom traurigen Schicksal seiner Landsleute erreicht hat, war er natürlich tief betroffen. Auf seine Initiative ist die Idee für das Löwendenkmal zur Ehrung und Erinnerung an seine Kameraden entstanden. Er hat den Standort gewählt und als Motiv in Anlehnung an dicke Vorbilder ausgesucht. Man hat verschiedene Modelle in Auftrag gegeben und 1820 hat man mit den Bauarbeiten nach den Entwürfen des berühmten dänischen Bildhauer Bertl Thorvaldsen angefangen. In noch etwas mehr als in einem Jahr war das Monument in Velskau und wurde 1821, 29 Jahre nach dem dramatischen Ereignis in Paris, feierlich eingeweiht. Finanziert hat man das Monument durch die Spendenaufrufe, die der Pfeiffer 1818 versendet hat. Beteiligt haben sich fast ausschliesslich vertreten vom Ancien Regime, nicht nur aus der Schweiz, sondern auch aus ganz Europa. Das Löwendenkmal hat seither mehrmals saniert werden müssen. Weil das Monument in Sandstein gekauert wurde, ist es wesentlich schwieriger zu erhalten, als wenn es ein freistehendes Denkmal wäre. Jährlich wird es von ca. 1,4 Millionen Touristen besucht und gilt als eines der am häufigsten besuchten Touristenziele in Luzern. Nebst dem, dass es ein Gedächtnisort für die gefallenen Schweizergardisten beim Duellierensturm ist, zückt auch der Kunstcharakter mit dem mächtigen, kraftvollen Läu, mit den leidenden Gesichtszeugen viele interessierte Besucher an.